Was fängst du schon an zu lachen? Wie sieht es hässlich aus, Mann? Ich weiß. Oh, dein Bart, das wird wehtun. Und diese Vertrauensforsi-Kommentare. Das ist ja Hammer. Das macht einem echt Hoffnung. Das macht einem Mut. Ich hab mit einem Bär gekämpft. Ein Bär mit drei Klauen. Ein Platten, Bär, vier. Kann man meine Augen gar nicht aufmachen. Doch, was ist denn? Nein, weil dieses Zeug, das war doch vom Tränenvideo. Nein, bist du bei der Nase? Hör auf damit. Das tat voll. Viel ein Glas in. Wir sind noch etwas jung, aber ich bin noch in. Wir sind noch etwas jung, aber ich bin noch in. Ich bin noch ein Bild. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 was ihr könnt. Hier die Post. Hallalala. Und jetzt noch mal ein schönes Alter. Oh, das ist ziemlich nervös. Und dann ist es da mit den Geschmack. Wer den kann jetzt noch mitmachen?